Und damit yo friends was geht ab jetzt wir kommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal heute mal wieder back mit Fortnite tatsächlich. Der Grund dafür ist ich versuche ein bisschen in Rank durchzukommen. Mein Ziel war es eigentlich Unreal zu werden aber bei den Lobbys ist das unmöglich. Alles aus Änderung. Egal ich versuche jetzt gerade auf jeden Fall Platin zu erreichen ich bin gerade aktuell 2 mit 42%. Ich habe gerade eine Runde beendet und habe gerade 24% plus gemacht und ich versuche im Moment Platin zu erreichen und ja beziehungsweise ich weiß gar nicht was ist nach Platin den nächsten Rang Diamant. Ja ich glaube nicht dass ich so oft Unreal schaffe. Aber Hoffnung ist bestehend. Ich möchte kurz anmerken. Es ist gerade 16.57 Uhr. Und ich habe gerade einfach aus Langeweile mir gedacht komm ich nehme das einfach auf. Ich habe auch ehrlich gesagt kein Plan wie lange dieses Video gehen wird. Also ich schätze mal ein bisschen was werde ich rausschneiden. und so unnötige Steine und so würde ich rausnehmen. Vielleicht wenn ich mir die Bühne mache. Aber mal schauen. Achja wer mir auf Instagram folgt. Äh Geist wer mir auf Instagram folgt der weiß. Beziehungsweise ähm ja er hat ja die Story gesehen die ich reingestellt habe mit äh Anschlusszeichen The road so far. Und ja was das bedeutet werdet ihr hoffen. Fresse. Fresse. Meine Festplatte geht mir gerade auf die Nerven. Werde ich wahrscheinlich gleich einmal kurz rausgekickt. Weil er mir das Interface hier öffnet. Ah ne macht er nicht. Ok. Ähm ja ok. So auf jeden Fall wir starten durch. Ey ich habe keine Ahnung wo ich landen soll ne. Und mach noch was hier. Wobei. Äh. 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 Mach das da. Irgendwo werde ich ja eh bei einem benannten Ort. Werde ich ja eh irgendwie später noch hinkommen. So hier zum Beispiel. Oder. Weiß nicht. Frankfurt Hauptbahnhof. Was weiß ich. Achja ich werde das auch übrigens so. Ich hab das ja mit Karin. Äh Karin kennt ihr ja. Äh. Der ist ja manchmal dabei in den Videos. Auf jeden Fall mit ihm habe ich äh. Die Map. Mit eigenen Namen benannt. Also nicht die aktuelle Map. Sondern die Map äh. Äh. Das erste Season. Ist ganz lustig gewesen. Ey die Kille nicht mehr so dick. Boi. Yo. Jungs. Ey. Oh mein Gott. Digga. Diese Items bocken. Ja gar nicht. Alter. Was ist das denn für ne. Digga. Was ist das für ne unswere Scheiße. Digga. Wirklich. Ja Digga. Und dafür auch noch 5% Minus Digga. Was ist das. Ich dachte gerade ich werde angerufen. Weil nachher kommt noch anscheinend Dingens vorbei. Karin. Der kommt anscheinend nachher noch online. Dieses Video geht so lange bis ich Platin 3 erreiche. Also bis ich den ersten Platinrang erreiche. Also 1. Ja 1. So lange geht dieses Video bis ich Platin 1 erreiche. Äh. Wird dieses Video gehen. Vielleicht bisschen länger als in der Aufnahme. Vielleicht so. Ja. 1-2 Minuten weniger. Halt diese Emote Szene gerade am Anfang so in der Lobby noch. Die werde ich rausnehmen. Aber ja. Aber zurück zu dem Twitch Stream. Ne. Der kommt sobald. Äh. Äh. Angel Payne. Habe ich auch schon drauf reagiert. Ihr Ego. Ne. Ist ja lieb von ihm. Äh. Sobald er seine EP rausbringt. Ballere ich den Twitch Stream. Wahrscheinlich nicht an dem Freitag wo er es rausbringt. Maybe. Eine Woche später. Vielleicht auch am selben Freitag. Ich weiß es nicht. Es kommt drauf an welcher Freitag. So. Von daher. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal hoffen. Dass wir bald die EP kriegen. Noch gibt es kein festes Datum. Tatsächlich. Noch gibt es kein festes Datum. Aber ich bin. Ja. Ich bin offen. Für alle Daten eigentlich. Also. Für alle Zeiten so. Klar ist es ein 0 Uhr Ding. Klar ist es. Würde Freitag kommen. Klar ist alles logisch. Aber. Ja. Ich bin mal echt gespannt. Ich habe mir übrigens. Die Lieder. Von der EP. Die als Single rauskommen. Oder rauskam. Hier. Äh. Vergessen. Mit. Autumn und Yuji. Und. Äh. Dieser Tag. Habe ich mir noch nicht angehört. Weil ich die erste in der Reaction. Auf die EP hören will. Pats. Äh. Pats. Pats. Bam. Er ist tot. Warum schlippt er nicht? Was habe ich da jetzt ausgewählt? Hier geht es ganz in der Luft zurück. Nein. Bei Rebels Reboot. Äh. Bei Rebels Ross. Ja. Nein. Ist weit weg. Ja. Hier kommt. Machen wir das da. Warte. Schaden. Ja. Gut. Äh. Ich bin einfach mal irgendwo außerhalb. Wobei außerhalb ist glaube ich gar nicht mal so gut ne. Die werden alle eher außerhalb landen. Weil die alle kein Buch kommen. Auf die ganzen. Äh. Ja. Sweater halt hinten bei Zeus. Und sowas. Kurze Frage an die. Leute die aktiv. Äh. Fortnite spielen. Und. Äh. Also halt so seit. Chapter 5 jetzt. Da sagt. Ja. Wobei anders gesagt. Seit. Seit Chapter. Äh. Seit Season 2. Von Chapter 5. Kann es sein. Dass die Blitze und sowas rausgenommen worden. Im. Äh. Avatar Update. Weil. Weder finde ich die. Oder sehe ich die. Ach. Ja. Stimmt. Untergrund. Äh. Ich vergesse manchmal. dass es diesen Untergrund nicht mehr geht. Es ist natürlich. Es ist natürlich. Es ist natürlich Arschritte hier ne. Hätte ich jetzt wenigstens ne Pump oder so. Das wäre ja wenigstens. Weiß nicht. Wenigstens. Etwas Hilfen. 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 Habo Biggie. Hachsick. 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 Warte. So. Dieses. Hachsick. Wär. Wahrscheinlich. Dick. Ja. Ach. Komm. Alter. Mach doch alles schon wieder. Keinen Sinn. Dick. Weiß. Der Spray hat mich. Gefühlt derselben Waffe. Und. Ne. Ne. Meine war besser. Also von dem. Von der. Äh. Seltenheit her. War meine besser. Aber. Natürlich. Geht er mich. Natürlich. Ist. Ist logisch. Das macht ja auch voll Sinn ne. Aber ich glaube. Darauf kommt es nicht an. Glaube ich. Keine Ahnung. Hab mich damit nicht auseinandergesetzt. Ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt. Juck mich das noch nicht. Ich spiel es einfach nur. Am Rage dann. Haha. Ich guck auch grad so ein bisschen zwischendurch mal wieder auf Insta. Ähm. Einfach um zu gucken was da so los ist. Oder ob es vielleicht auch äh. was in Richtung der EP geht. Weil das hoffen wir ja natürlich nicht. Hoffen wir natürlich dass sie so schnell wie möglich kommt. Aber ich geh mal davon aus. Dass wir die bei kriegen. Also ich. Denk mal nicht. Dass es noch all zu lange dauern wird. Also ich. Kann jetzt kein. Datum nennen. Halt. So ne. Kann ich halt nicht nennen so. Weil. Wer weiß. Muss halt eher entscheiden. Wann das Ding kommt. Aber. Ja. So. Ich glaub. Irgendwie in den Einladung. Ja. Ich hab ne Einladung bekommen. Aber juck mich jetzt nicht. Und letztlich. Nehm Gott auf. Erzähle eine Gupfschluss bei. Bei einem Gegner mit einer Wettmaschine. Pistole. Ja komm. I try. But I will die. So wie ich mich kenne. Vor allem ey. Ich hab noch nie einen Headshot. No joke. Ich hab noch nie einen Headshot mit ner. Äh. SMG geschafft ne. Noch nie einen Headshot mit ner. SMG getroffen. Das ist so. Schwierig. Klar. Wenn du. Wenn du. Vielleicht ein gutes. Scope hast. Und ne gute SLG mit der du auch spielen kannst. Dann sollte es eigentlich easy gehen. Aber. Wenn du das alles nicht hast. Du brauchst es gar nicht versuchen. Ey. Ich hab Q gedrückt. Alter. Oh nein. Gefällt nicht. Frankfurter Hauptbahnhof. Ich geh so dick nicht. Hauptbahnhof. Ne. Wie komm ich ja. Wie komm ich ja. Wie komm ich ja. nicht grad um. Frankfurt. Hauptbahnhof. Decker. Wie komm ich um. Frankfurt. Hauptbahnhof. Ja. Aber dieses. Erdding. Ist so. Gottlos. Alter. Ja. Ich werd mir. Ich werd das. Ich werd jetzt hier landen. mit. Snacken. Wir werden auch. Einfach. Beide. Davon. Snacken. Ach. Guck mal. Hier. Ich. Ich. Jungs. Bitte. Flachst. Mich. Nicht. Ja. Digga. Wahrscheinlich. Alter. Ah. Der. Dahinten. Alter. Ey. Komm schon. Boah. Digga. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Boah. Ist klar. Digga. Wahrscheinlich. Bore. Ist klar. Ja. Digga. Ich bin gleich. Gold 2. Bruder. Ich geh nicht auf Platin. Nein. Ich geh auf Gold 2 runter. Ich. Ja. Tanz. Du. Digga. Boah. 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 быig. Ach. Ich bin weg. 방송 hat. Aduh. Bist. snap man. tuned. womt er. komt him. Ah, der chillt grad Frisur, ne, ja gut, dann kann er wahrscheinlich grad nicht rausgucken Ich brenne den chillt, aber Frisur, egal Weg Sammelbaren ein oder gibbaren aus, komm, sammeln geht schon, dann ist er ausgegeben Weil zum Ausgeben komme ich nicht Guck mal jetzt hier, warte, jetzt Headshot Headshot Okay, doch, okay, eigentlich ist es gar nicht mal so schwierig Okay, es ist eigentlich gar nicht mal so schwer, einen Head zu treffen mit einer MP Oder so schwer ist es eigentlich nicht Also für euch wahrscheinlich nicht, für mich wahrscheinlich, Absturz Soll ich geh dick, weiß ich nicht, ey, ich lande irgendwo aushalten, ne, gar keinen Bock auf Stress mess jetzt hier, ne Ja, dann sollte ich vielleicht nicht da landen Wenn euch das Video bis hierhin gefällt, dann lasst doch gerne mal ein Like und ein Abo da schaut, auch gerne in die Videobeschreibung Da hast du tatsächlich alles verlinkt, also alles relevante ist da verlinkt Und der blaue Pump, da sei nein, nein Die mir wahrscheinlich aber nichts bringen, weil ich gleich trotzdem mir auf die Fresse kriege Ja, okay Ja, okay Sorry, bro, but nah, huh Hell nah, man Warte mal, ich kaufe meine Dingens Hat es die genug Pump-Moni haben? Also doch, eigentlich schon, aber Ich finde schön, dass hier nur dieselbe AR liegt, ne Aber hier war doch ne Tür Wusste doch, da ist ne Tür, hä Ruf einfach Nicht antrunken Ey, ich gehe so fett außerhalb irgendwo rum, ne Ich habe keinen Bock auf Stress, Digga Ich habe keinen Bock auf Stress Ich fahre jetzt einfach mal tot Keiner gesehen Ich sollte vielleicht dann auch weg vom Zug fahren, ne Ja, hier sollte ich vielleicht auch weg fahren Ja und reingeschissen Und mein Motorrad fährt weg, stark Bleib doch stehen, Junge Gebe ihn Ich fahre hier nur durch, Jungs Ich fahre hier nur durch, okay? Jungs, bitte Ich will keinen Stress hier Ich wechsle so dick auf Auto Bleib doch Bleib doch nur durch, Jungs, ich habe keinen Bock auf Stress gerade Ich habe nicht mal Blutleicht, Digga, das ist grad so belastend Nein Nein Ach, immer diese Ungewöhnung Ach, immer diese Ungewöhnung Ah Setz dich durch Ich habe nicht Ich habe gerade eine Erde Ich habe gerade eine Erde Keine Annahme Ja, das hat's gebracht, Bro Egal, sollen die da ruhig kämpfen, sollen die da ruhig kämpfen Ich geh weg Ich will keinen Stress mit denen Gar keinen Bock auf Stress, Digga Ich geh dann lieber wieder auf Placement Ich geh dann lieber wieder auf Platzierung Ich geh dann lieber wieder auf Platzierung Ich glaube ich eh das Beste was du machen kannst Also das du guckst, okay, ich bin jetzt hier und hier So und so viele leben noch Ich mach jetzt einfach den Camper, Digga, ganz ehrlich Ich So will zum Camper Aber nur Weil ich hier eine schöne Schöne Durch die ich wahrscheinlich gleich so Gott besterben werde Ja, gib mir keine Gib mir keine Gib mir keine Sniper Ist klar, Bro Ey Jungs, ich will nichts an euch, ne Bro, ich geh jetzt hier einfach rein Ich chill jetzt hier einfach Nein Bleib jetzt hier Ich bin sogar noch gut an der Sommer Weil ich versuche mal zu prädikten wo die nächste Sonne ist Warte, die endet jetzt hier Das heißt Die nächste endet wahrscheinlich irgendwo hier Das sind jetzt gerade aktuell 268 Meter Das geht eigentlich, 268 Meter geht Warte, brauche ich Munition, ändert trotzdem nichts Ah, damit kann ich mich nicht tun hier, scheiße Egal Warte, hier ist noch eine Chest Die nehmen wir noch mit Auf süß Oh, auf süß Aber auf richtig süß Hier ist auch noch eine Chest Jetzt kommt da jetzt der richtige Sniper Ja Hätt's auch zu schön gewesen So, mein Ewa Ache Ja, stark, Digga Ja, kein Plan, Digga Stark So, dass der kein Plan hat Das ist nichts Neues So, aber wir fahren weg Ich entferne mich mal vor dem Medaillonspiel, ne Ich hab keine Bock auf dich gerade, wirklich No joke, Digga Ey, nee, Bro Lachs mal jemand anderen, Bro Ach, komm Digga, leck mich doch Ah, okay, das dann, okay Ah, okay, das dann, okay Da kann ich ja erstmal entspannt bleiben, eigentlich Oh, ne, Medaillonspieler Ich bin, ich bin nochmal weg .com.de 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 Weiss nicht, soll ich mich einmischen? Ich misch mich ein Scheiß drauf Misch mich ein, Dreck .com.de 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich bin schwer ich schmuck die schmuck so so an luft ja wow habe ich nicht gerade von den beiden items geredet die mit schmutzend wenn wir gefightet wenn er dich dann misch ich mich ein warum spiele ich dieses spiel überhaupt noch und tue ich mir das an ich brauche doch nur 30 prozent bitte 30 prozent mehr will ich nicht ich brauche nur 30 prozent bros bitte ja wahrscheinlich denke er ist weg ja was hatte der lila und der pampiger goldene sniper woher wurde ja was hatte der typ für waffen ja aber warum bin ich da hingegangen das ja mieseste hat ok an seiner stelle ich hätte einfach auto abgezogen ja dicker selbst er hat eine lila ne smg dicker ja wahrscheinlich dicker ach nevermind dicker lila ne dingens das war ne lila ne diegel dicker ja auch hier ist vorliegt vorliegen ja alles rassen und wurde weiß ich krieg die größten schmutzwaffen die kriegen weiß ich nicht halbe dings oder halbe james bunt so kriegen die kommen reich oder bitte wir haben alles auseinandergenommen egal ey bitte ich brauche doch nur 30 prozent bitte ich will einfach nur platin werden ey bitte ey bitte Leute ich nehme original es ist gerade no joke 17 uhr 40 17 uhr 41 ich nehme gerade no joke 43 minuten auf ey ich hab kein Waffen mehr aber ich mach so lange weiter bis ich platin bin sobald da steht dass ich platin bin ab dann endet dieses video beziehungsweise dann gucke ich noch kurz bis wann die season geht und dann endet dieses video danach brauche ich auch glaube ich erstmal die nächsten drei jahre kein kein video mehr aufnehmen so äh durchsuche ja ja das sollte ich eigentlich hinkriegen drei tun ohne schaden sollte eigentlich möglich sein außer ich land weiß ich nicht egal weiß ich nicht weiß ich wo ich land wahrscheinlich irgendwo wo 80 miljonen leute landen die mich direkt wegkrotzen wie nichts machen kurz hat sie in den taschentuch mit mir und dann fertig ich lande jetzt einfach da oben da sind easy zwei kisten äh naja eine ist da auf jeden fall warte aber soweit ich schaden krieg ist die aufgabe ungültig ne ich muss jetzt einfach irgendwo hinrennen wo ich auf glück ne kiste finde warte aber es heißt ja truen 10 auf munitionskisten und so eigentlich schon oder es ist ja auch ne truhe munitionskisten ist ja auch ne truhe oder nicht i don't know egal da unten ist noch eine die snack ich mir jetzt ganz kurz und dann lauf ich einfach irgendwo anders hin ne pump egal aber ne pump brauche ich sowieso hey da ist grad mieseste stress oben ne und natürlich zählt das nicht egal komm wir gehen da hoch wir gehen da irgendwie hoch naja ich komm da nicht hoch neiiin doch hier komm ich hoch ach komm jetzt ist diese kiste hier nicht komm schon hä wo ist diese kiste hä ja digga oh mein gott jetzt zählt das nicht weil ich die kaputt gemacht hab ach komm schon bitte bruder ach komm schon bitte bruder doch hier steht in Ordnung wo könnte ich denn da hinten könnte ich an die kiste kommen ich glaub hier bei diesem friedhof land ist keiner ja digga never mind bruder ist übrigens aufgefallen dass die g klasse im fortnite das einzige auto ist mit kennzeichen das ist ganz lustig warum man mal darauf achtet oh ho 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 ne digga oh mein gott ich bin so dumm digga ich hab das ding benutze ich das nicht einfach und ich hab sogar noch was davon übrig oh wunderschön ich bin ehrlich ich weiß nicht wo ich noch an die kiste kommen soll ne da steht ein auto das gefällt mir nicht nein da ist ne kiste da ist ne kiste oh mein was ist das nicht euer ernst oder egal ne sniper da gibt man die dinger her hier da naja immerhin hat's nen scope ich kenne er ist ein motorrad ähh oh ne digga ist jetzt nicht wahr ne nur weil ich wegen dem motorrad schaden bekommen hab hab ich gerade Dinge ins bekommen digga das ist doch echt nicht mehr normal alter das ist doch echt nicht mehr normal ja auf gut glück die sind hier jetzt noch kisten auf gut glück naja ne digga hätt ich mir aber auch schon denken können hätt ich mir aber auch denken können das hier gelootet ist oh mein gott hab ich gerade reingeschissen digga wirklich ja auch ja oh mein gott halt deine fresse ne naja ja 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 auf ja 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 egal ich lass ihn da abhauen ich schaue einfach in die andere richtung jetzt auf einmal haut er ab wahrscheinlich ist er gleich derjenige der mich trotzdem snipet über mir ist ne kiste nochmal über mir ja 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 kann man machen ja kann man machen muss man nicht machen oh mein gottiger ja nein es sind nur die normalen thronen oh ne dicker ok hier hab ich noch eine eine fehlt mir noch bitte ja oh mein gott ich spiel mir ist alles so egal ne ich gehe so safe jetzt auf placement ne ich muss einfach nur hoffen dass ich meine runde jetzt irgendwie mit wenig ähm so auf mir scheißegal jetzt ob ich auf welchem platz ich unter top ten komme solange ich überhaupt top ten bin top 5 wären mir sogar noch am liebsten weil dann habe ich nämlich dann sollte ich nämlich 30 prozent easy voll haben ey ich mach jetzt so dick den camper ne ich habe vier impulsgranaten ey no joke ich nehme fast eine stunde auf ne ich gucke ich gucke mal ein bisschen hinter mir weil ich ich gehe außen rum jetzt macht das jetzt an dass ich gehe außen rum öh öh was ich ich gehe außen rum und gucke dass ich irgendwie von außen ähm in die zone reinkomme mit auto werde ich nicht fahren weil das wäre zu obvious das wäre zu obvious das wäre zu obvious ich sitze mich jetzt hier ich gehe jetzt hier in den bursch rein dann gehe ich in den da vorne rein was ich raten der bursch ist nicht in der zone der bursch ist nicht in der zone warum 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 wusste ich ok die sind da vorne heißt ich lauf hier so ein bisschen außen rum wobei ich gehe direkt in den bursch da zwar zwar jetzt die übelste verschwendung aber egal wobei ich gehe sogar direkt in den nächsten bursch schon ey digger ist das grad stressig ne komm das nehme ich noch mit hier naja kann ich mitnehmen erstmal ok jetzt heißt es einfach nur chillen jetzt heißt es einfach nur chillen ey ich werde mich so dick hier nicht wegbewegen ne ja wobei von hinten wird keiner kommen bitte lass die zone nicht so weit weg sein egal wir haben trotzdem eineinhalb minuten hab ich eineinhalb minuten ey leute ungelogen ne ich nehme no joke seit 55 minuten grad auf ok jetzt hab ich grad kleinen lag auch nur weil obs grad hängt jetzt sollte es eigentlich wieder gehen egal ich werde die jetzt schon vorlaufen oh ja da vorne ist einer kann ich rennen schön aber 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 hier sehe ich und selbst wenn ich top 2 bin selbst wenn ich top 2 bin das sollte glaube ich auch gut prozentig gehen weil ich trotzdem auf placement gegangen bin also an sich ist mir eigentlich ist mir das eigentlich egal auf welchem platz ich bin warte mal da ist zipline ich geh mal rüber hier mit der zipline mit der zipline hier rüber ah das war safe feuerbändiger ne jetzt erstmal hier hin ey ich chill jetzt hier einfach ne ist mir egal ich muss hier gleich so oder so weg ich muss so oder so in die richtung ja guck ich muss so oder so in die richtung jetzt einfach runter droppen ich werde mich jetzt no joke komplett am rand der zone geben ich werde jetzt nur am rand der zonen laufen ich finde es auch random dass diese neustart busse hier trotzdem stehen obwohl ich ein solo drinne bin ich wollte grad sagen das ist das längste video was ich aufgenommen habe stimmt nicht die far cry folge war länger die geht über ne stunde ich denke mal nicht dass ich die knack also dass ich die zeit der far cry folge knack das glaube ich nicht ich weiß gar nicht glaube die far cry folge ging 1,10 oder so ich glaube die ging so um die 75 minuten ich weiße ok da hinten ist beef da hinten gibt stress friss egal einfach am rand der zone halten einfach am rand der zone halten weil ich werde mir ganz kurz hier diese vier sprünge dann nochmal holen vielleicht noch meine arsch retten gleich Au, oh, die fighten Sarvex, okay, die fighten, äh, Sarvex, sag ich schon, äh, Saberos, Saberos, keine Ahnung, wie dieser Boss da heißt. Ich kann mich voll Schaden kriegen sehen. Ah, so, jetzt, ich chill einfach wieder am Rand. Mir egal. Ja, hier ist ja noch, hier ist alles anloopt, ey. Ah, ne. Bei? Doch, guck mal her. Ich glaube, eine vernünftige AR wäre besser als die Tommy Gun. Die Tommy Gun ist eher so ein SMG-Ding. Also in meinen Augen. Für mich ist die Tommy Gun keine AR, der ist für mich eher eine SMG. Ich wäre es clever, wenn ich da hinten hingehe. Wobei, jetzt gleich, ich bin, ich bin hier drüben und ich darf wieder rüber, weil die Zone dann nach drüben geht, ne? Also, pass auf. Ich stelle mich jetzt kurz hier hin, um dann zu sehen, dass ich auf die andere Seite wieder muss. Ach, komm, Digga, wirklich. Ach, komm, Digga, wirklich. Schmutz. Okay, da hinten ist einer. Das ist der, oh, das ist der Medaillonschip. Das ist der, der das Medaillonschip. Das ist natürlich jetzt gar nicht, geil. Boah, hier waren sogar vier von den Schatzkisten diesmal, okay. Pass. Egal, ich halte mich einfach am Rand. So ein bisschen. Außerdem, ich habe immer noch zwei Impulsgranaten. Ich kann mich immer noch... ...Richtung Zone... ...nerven. Das einzigste, was nervig ist, ist der Scope bei der Sniper. Ich hasse dieses Scope. Klar, Tresor ist offen, aber erstens habe ich da jetzt keine Zeit für und zweitens habe ich das Gold nicht. Vielleicht kann ich irgendwie hier Pilz abschrauben. Das ist ja vielleicht gar nicht mal so dumm eigentlich. Ich glaube, abstauben. Auf Staubsaugerbasis. Ach, nee. Oh, nein, bei mir ist der Ende. Oh, no way. Nah, holy fucking shit, man. Hey, Ausprinzip, ich stelle mich jetzt hier irgendwo hin. Einfach, einfach irgendwo hin, Hauptsache Rand. Hauptsache Zonenrand. Oh mein Gott, ich treffe ja nix, Digga. Schade, ey, 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 bitte. Ey, wenn ich jetzt kein Platin bin, weiß ich auch nicht, ey. Kein Bock mehr. Bitte. Bitte. Ach, komm schon. Ey, die vier Prozent hätte er doch gönnen können, Brore. Ey, die vier Prozent hättest du nicht gönnen können, Brore. Ach, komm schon, Mann. Ich hab' ich hab' gebrochen. Ach, Mann. Egal, komm. Die Runde machen wir noch. Dann ist auch gut, ey, dann ist auch. Ey, ich nehm' über ne Stunde auf. Eine Stunde vier bin ich gerade. Ey, Digga. Ey, Digga. Ey, Digga. Egal. Egal, 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 egal. 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 Oh, eine Runde. Ich muss, eine Runde muss ich nur. Eine Runde. Eine Runde. Oh, Digga hat mir gerade, er hat mir vor ne viertel Stunde geschrieben. Stark. Aber schwierig beim Aufnehmen, dass ich dann irgendwie aufs Handy gucke. die 20 minuten werden der aufnahme gefühlt auf den zugrunde guckt ja nicht kopfkassi an die letzten vier prozent bitte ich muss jetzt einfach nur wieder so eine runde machen wie jetzt als hauptsächlich so oft placement gehen auf platzierung dann ist gut scheiß auf geht scheiß auf alles ich brauche nur die platzierung eigentlich so straight straight da der land auf der brücke noch nie gesehen dass da jemand landet ja was ich raten wieder fünf prozent minus gemacht was ich raten straighter fünf prozent minus ja komm ich will doch nur platin ich will doch nur platin es ist no joke es ist 18 Uhr 6 es ist 18 Uhr 6 ich nehme seit fast sieb ich nehme siebzig minuten auf warum mache ich das und die muss ich aufs Klo ich will doch endlich platin werden ich will nur platin wer will ich ich habe mich viele Ziele in Fortnet aber ein dass ich jetzt platin werde ist ein Ziel jetzt sind meine Verdinger genommen aber genau Prozent ja mit mindestens lege der ja okay ist okay so ich 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 hey hier landet glaube ich fast keiner ne so ein T-Bereich hier und gleich ist das war die dümmste Entscheidung die ich hätte machen können jetzt trail ab da hin ja guck mal der fliegt dann vorbei sehr schön ja stark eher nicht Diggi los da landen mehr leute jetzt gedacht scheiß auf ich geh zu dem Turm da ja ne Diggi auch nicht ja sorry Diggi ach Diggi schön das einzigste was ich hier als erstes krieg sind diese scheiß Bären und ne scheiß DMR Diggi das bringt es mir jetzt voll das bringt es mir voll das bringt es mir voll und soviel zum Thema ich geh nicht auf Kills boah Diggi ey bitte lass mich jetzt einfach nur Platin werden ne ich hab ehrlich gesagt keinen Bock mehr auf dieses Spiel gerade Piraten ja Erde Diggi was soll ich mit Erde Bruder sag mal was soll ich mit der DMR sag mal komm jetzt AR ach Diggi gönn noch ne AR Bro genau bitte äh weißt alles mögliche hab ich ne ich hab zwei SMGs gefehlt eh Diggi oh mein Gott Diggi oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott Moment, Moment Oh my god, oh my god Ja, endlich, gib das her Oh my god, Alter, die Fresse Aua, die Sniper nehm ich, Bro, danke, los Oh my god 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 Warte, hat scheiß drauf kommen, wir gehen in ein Ding rein Ich geh in Discord kurz rein Assalamu alaikum Es kommt der Schwanz nicht Habibi, ich bin doch schon da, Bro, ey Nerv nicht, Julian Ich bin doch schon da, Bro, ey Junge, erschreck mich meinst du Ja, es ist grad mich stressig Unique Mir fehlen 8% Und ich nehm seit einer Stunde 14 auf Weil ich nehm nämlich grade auf, wie ich Road to Platin mach Mir fehlen 8%, ich hab 3 Kills Und den einen hab ich grade, hab ich grade so dreckig abgestaubt In den Arsch gefickt Ja, jetzt Ja Egal Egal Zum Glück weiß ich ja, dass man im Schnitt, äh, auch, äh Zensieren kann Ja Boah Nichts geht über ne kalte Boah, ich boah Oder weißt du, was das Schlimmste ist? Ich nehm seit einer Stunde 15 auf, ich muss auf Klo Sag einfach, ich geh aus Kissen, schau Ja, nein, Bruder Mir fehlen 8% Ui Ja Ich hab auch mittlerweile verstanden, wie ich gut an Prozente komm Vielleicht noch Fett Pringles-Ferzen? Oh nein, oh nein, er hat mich gesehen Ja, er hat mich gesehen, er hat mich gesehen Was? Oh mein Gott, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht Bitte nicht, spiel, 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 spiel Rrrr 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 Ein Freund, den du dich magst, Hannes-Namen? Rrrr 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 Ey, bitte, 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 sag mir, bitte sag mir einfach nur, dass ich diese 8% bekommen hab Rrrr 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 Schafft er ja noch Diamond Wann? Wäre gar nicht mal so unlogisch eigentlich Ja, muss man halt gut Egal, scheiß drauf, Leute Das war's mit dem Video, wenn es nicht gefallen hat Lasst ein Abo da, schaut in die Videobeschreibung alles der Link Schaut bei Karin vorbei, er lädt fett nix hoch Aber egal Schaut bei Browsocken vorbei, kommt irgendwann wieder ein Video Irgendwann, wer weiß Irgendwann Wenn ein neuer PC da Irgendwann, also drei Jahre Irgendwann, egal, Leute Ja, aber wahrscheinlich bei Browsocken ist es wahrscheinlich so Ich glaube erstmal einen neuen PC und dann fangen wir irgendwann mal richtig besser Ja, ich glaube auch Und dann auch mal die ganzen alten Videos zu runternehmen Kann sein, dass zwischendurch mal was kommt Ja, maybe Scheiß drauf, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da Wie gesagt, schaut in die Videobeschreibung Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, bis dann Tschüssi Ciao 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 Bis zum nächsten Mal.